Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome Hobbits und Eidolome zu einem neuen Parts Pokémon, äh, Mario. Das ist mein Mario Odyssey mit dem Zwergenfrust. So, und jetzt, ja, hier haben wir am letzten Part aufgehört. Weiter geht's heute mit den Grootels über dem See. Wir müssen heute noch besiegen, da gibt's jetzt hier noch einen, der uns herausfahren will. Da kommt einer. Von denen noch angetanzt. Und wer wird's denn heute sein? Du bist zu spät, wir haben uns das schnicksten Kleid schon unter den Nagel gerissen. Es passt sogar zum Frack vom Chef. Du willst es zurück, schminkst die ab. Das behalten wir, der Ludatsch, mit dem müssen wir hier kämpfen. Im Seeland. Alles klar, wir besiegen wollen dich jetzt. Auf die Mütze springen, vermutlich. Ich schätze mal. Auf die Mütze springen. Oder irgendwie kapern, oder... Hm. Was lässt du noch rausfinden? Oh ja, sehr gut. Da können wir hier auf den Kopf springen. Sehr gut. Hab's herausgefunden. Mütze umdrehen. Und dann auf den Kopf zu springen. Wie sie... bisher... Das kann sich ja noch ändern. Und... Und... Auf die Decke. Oha. Das war zu niedrig. Ich muss vielleicht gucken, wo ich hier ansetze. Wenn ich zu weit weg bin, dann darf ich's nicht. Bisschen zupfen. Oha. Münzen, 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 Münzen. Nehmen die Münzen mit. So, na komm. Und jetzt nochmal auf den Deckel. Wollt jetzt gerade schon duplitieren. Was jetzt hier schon... Wollt mich schon feiern, dass ich es geschafft habe. Jetzt haben wir's. Das ging schnell. Na ja, die Brudels sind sowieso nicht. Gar keinen allzu ernst zu nehmenden Gegner. Wenn man sich die blöd anstellt, dann schafft man das. In kurzester Zeit. Dann brudels über dem See. Ein Multimod für dich. Dann brudelte ich noch. Sag nur. Sorge mich um... Hut, Dame und Peach. Wir müssen uns beeilen. Ja, sag nur. Wir haben genügend Sterne. Benötig noch acht. Ja, die haben wir doch jetzt. Sag nur. Wir haben genügend Monde, nicht Sterne, um jetzt weiterzufahren. Juhu. Weiter zu fliegen natürlich. Die Odyssey ist jetzt leistungsfähiger. Let's go. Dann können wir weiterfliegen ins nächste Land. Ein ganz kurzer Ausflug im Seeland. Wir haben genug Energie, um ins Cityland zu reisen. Überqueren wir das Weite Meer. Auf geht's ins Cityland. Dann werden wir vielleicht ein bisschen länger verbleiben, verweilen als im Seeland. Das war jetzt doch ein bisschen kurz. Let's go. Wir kehren vielleicht irgendwann mal wieder zurück, um uns noch ein paar Monde zu holen zum späteren Zeitpunkt. Aber erstmal geht's weiter Richtung Cityland. Let's go. Das Segel sieht schon etwas toller aus. Sieht schon deutlich besser aus als am Anfang. Ein halbes Segel nur, aber ja. Wer kommt denn auf die glorreiche Idee, eine Hochzeit mit gestohlenen Kids zu feiern? Wie geschmacklos. Lass uns diesen Scheißsaal ein paar Manieren beibringen. Wo wir gerade dabei sind, ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Also der Mützenstoppwurf. Möchtest du einen Kistenstapel demolieren oder einen Fragzeichenblock wiederholt bearbeiten? Drücke und halte einfach Y um eine Kopfbedeckung zu werfen und kreisen zu lassen. Denn Kopfbedeckung schwebt für einen Moment vor die uns dreht sich dabei. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Als nächstes sollten wir uns mal ein paar Informationen über das Cityland zu einholen. Wow. Was war das denn? Achso. Was war das denn? Ich habe das Bomben-Bowser-Geräusch mit dem Gehörte und habe schon zu viel gedacht hier. Wow. Was war das denn? Hat Kippy gesagt. Und haben wir ihn auch. Wie erwartet. Das Geräusch hat sich schon verraten. Hat sich schon angeteasert. Die Luftgalliere von Bowser. Und der Controller bei Babyteam Wild. Wolkenland. Also nun nicht Cityland sondern jetzt erstmal Wolkenland. Ein Zwischenstopp. Ein kleiner Zwischenstopp. Im Wolkenland. Ja. Das dürfte hier keine Schwierigkeit sein hier rüber zu kommen. Sein Mann fällt runter. Und selbst wie man das schaffen kann ist auch ein anderes ist auch ein Rätsel. Aber gut man kann es. Es geht. Es ist möglich. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Wir müssen nur hier lang. Einmal mal die Wolken betten. wenn man sich nicht komplett als unfähig erweist geht das auch hier in Ordnung. Man kommt hier leicht drüber. Tap 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 tap. Hier noch in Badehose unterwegs. Dann kommt Bowser. Angespuren stellt sich uns in den Weg. Mario. Ich habe jetzt echt keine Zeit für dich übrig. Ich habe nämlich meine Hochzeit zu planen. Hast du auch nur die leiseste Ahnung wie stressig sowas ist. The Peach Die hat da schon wunderschöne Blümchen oder auch nicht. Ist an sich das mal. Ich definiere jeder was er vorgibt. Und Bowserkräft an. Wir weichern erstmal aus. Die Mütze können wir bestimmt auch zurück werfen lassen. Jo. Zack. Und selbst aufsetzen. Na toll. Springen und schlagen. Springen und schlagen. Mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Wortwörtlich. Wortwörtlich. Oha, violette Mützen, davon lasse ich mich nicht ablenken und zieh Bowsers Zylinder selbst auf. So auf gehts. Na komm, geschlagen wird er, perfekt. Und abhauen, Bowsers halt erst mal ab. Oha, violette Mützen, na komm, na komm, da werde ich so gut. Einer ist dann schwerer, schwieriger zu fangen, wenn man von den Violetten abgelenkt wird, von den Violetten Hüten. Jetzt habe ich ihn aber und los gehts. Lass uns nicht treffen, spinnen wir hinüber über die Oha, über die Brocken, über die Feuerdinger, doch über die Felsbrocken. Oha, er hat sich gewehrt. Gibt es denn sowas? Na komm, wieder hin. Kick geblieben, Bowsers. Vielleicht kriegst du mich nicht. Oha, er wehrt sich. Ich kriege Schaden. Ohja. Aufgepasst. Oha, er whrt sich da weg. Na komm, sehr gut. In seine Galerie zurückgeschossen. Hast du davon Mario einfach so anzugreifen? Goodbye Bowser. So long King Bowser. So sieht's aus. Oioioioioi, da fällt er fast aus den Wolken. Verstehst du jetzt mit wem du es zu tun hast Mario? Ähm, nö. Obwohl schon, irgendwie mit nem Boss der sich leicht besiegen ist. Vielleicht. Oha, verlorenes Land, Eiland Toxiko, da müssen wir erstmal Notlanden, oder was? Geht's jetzt erstmal nicht ins Cityland. Notlandung, im toxischen Land. Hä, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh nein, die Odyssey ist völlig zu gerichtet. Wir brauchen Powermonde, um sie wieder auf Vordermann zu bringen. An die Arbeit. Let's go. Zehn Monde brauche ich hier. Die Budels warten wahrscheinlich auch noch hier. Das wäre zu erwarten. Okay. Zehn Monde müssen wir fangen. Okay. Und dann mal auf. Auf ins Abenteil. Auf in die Mission. Zehn Monde sind nicht allzu viel. Aber die muss man erstmal finden. Oh nein. Er hat Cappy geklaut. Der Geier hat die Cappy geklaut. Müssen wir ohne Cappy zurecht kommen. Mama Mia. So könnte man sagen. Oha. Den neuen Mechanismus kennengelernt. Stampfpyramiden. Oh, warte mal kurz. Gibt's ein paar Blätter. Nerne Blätter. Die Landeswährung hier. Nein. Nicht in den Gifttümpel springen. So. Cappy braucht unsere Hilfe. Dann ist Cappy zurückgekommen. Oha. Aber hier gibt's eine kleine Geheimtür. Unser erster Mond. Ein Mond für dich. Im Steinkäfig. Sehr schön, dass wir's ausprobiert haben. Da waren es noch neun. Na komm. Da hab ich doch schnell erst gegner gesehen. Kampern ist jetzt nicht viel. Muss ich wohl ausweichen. Erstmal. Ein Münzchen gibt's hier. Muss ich wohl Stampfattacke machen. Nicht. Sollen Mist. Cappy ruft schon nach uns. Wo bist du Cappy. Ich komme zur Hilfe. Ich brauche dich ja. Ich brauche ja auch deine Unterstützung. Check the Points. Ja die Leute kann ich jetzt leider nicht kapern. Zu schade. Dann können wir die Lianen Münster auch erstmal nicht holen. Ach da ist Cappy. Er sitzt nicht mal da drüben hin. Ha. Ist nur mit dem Geier los geworden. Was zum Geier. Da macht Cappy wieder. Puh. Danke für die Rettung. Das eben war so gar nicht lustig. Ich hoffe es bleibt bei diesem einen Mal. Naja egal. Lass uns Mode suchen. So. Dann haben wir kurz mal Cappy verloren. Jetzt können wir auch diesen. Den langen Ludac hier. Kapern und damit. Stricken. Ziehharmoniker. So. Jetzt müssen wir uns nicht von den anderen besiegen. Sehr schön. Und den neuen Gegner den wir kapern können. Kennen gelernt. Oha. So werden wir hier auch verletzt. Ein paar Lianen Münzen hier. Da kommen wir bestimmt rüber. Da gibt es einen Mond. Da wollen wir rüber. Der Mond. Der Mond für dich auf der Popolarsäule. Der Mond für dich auf der Popolarsäule. Wenn ich schon die Möglichkeit habe. Auch Schaden kriege ich auch. Oha. Jetzt bin ich hier in der Luke. So die mal. Nicht noch mehr Schaden kriegen. Unser zweiter Mond erst. Hier in den. Giftlanden. Gift Sumpf landen. Die könnte Mario fast ohne. Entlang. Muss er auch jetzt. Oha. Er hat die Mütze. Was zum. Ähm. Wie kommen wir jetzt hier durch. Kollege. Nester Checkpoint oder was. Wo war denn der. Hier war der. Die Lianen Münzen dürfen behalten. Okay. Keine Abkürzung. Oha. 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 Und jetzt müssen wir durch. Ein bisschen. Hier kommen wir neben den Daten vorbei. Kabern können wir den nicht. Und die kommen wir da runter. Können wir vielleicht. So hier und dann. Ja aber da kommen wir niemals rein. Oh Mist. Sieht jetzt ungut aus. Also hier wieder runter. Ähm. Hier kommen wir bestimmt. Zum letzten Checkpoint. Zurück fliegen mit der Mütze. Sehr schön. Keine Abkürzung. Oh. Da gibt es noch Lina Münzen. Ah. Wie kommen wir da denn hin. Lina Münzen. Lina Münzen will ich natürlich ran. Muss wo runter springen oder was. Machen wir jetzt mal nichts. Nur unter dem Drehkarussell. Lina Münzen. Lina Münzen. Was machen wir jetzt die jetzt. Achso. Da kommen wir nicht gegen den. Oha. Das bringt aber ein bisschen Schaden. hier mal ein bisschen Schaden. Achso. Hier müssen wir die Bingen kapern. Das ist auch immer ein Mond für. Nein. Ein Herz gibt es dafür. Ein Herz für Mario. Oh je, na komm, na komm, hier einmal ins Eck und dann, so hier, komm jetzt, sehr schön. Müssen wir nochmal, das hängen, jetzt kommen wir durch, sehr schön, Sticker, für den Mond oder was, ja, sehr schön, der dritte Mond haben wir gebraucht, auf dem Weg zum Gipfel, auf dem Weg zum Gipfel brauchen wir einige Monde, aha, wenig beeindruckend, Tomfartabke vielleicht, ja genau, ich habe es als Trampolin verstanden, so hier ein kleiner Wandspruch, Münzen einsammeln, oha, Toad ist der Verkäufer oder was, ah, oh Mario, ich hätte nie gedacht, dich hier zu treffen, ob ich auf Erkundungstur bin, nein, ich habe einen Job angeführt, die Location, die ist unschlagbar, oder, komm jetzt nur herein und zieh dich in aller Ruhe um, Check the Point, Felsberghören, oh, und die Salamander, den können wir auch gleich noch kennen, ein kleiner Witz, ein kleiner Wortwitz, was ist das, was das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt ist, eine kaputte Trommel, denn sie ist unschlagbar, so können wir uns hier schon was leisten, von 14 wahrscheinlich noch nicht, auch noch eine, eine Linale Münze, sehr schade, können wir uns die Flieger, Fliegeruniform leisten, so was haben wir hier, Monde können wir uns kaufen, und das Sortiment, das alte, das übliche Sortiment, Mustermix Outfit, ja, ich komme wieder, wenn ich eine Linale Münze gefunden habe, ja, sehr toll, das machen wir mit dem Kollegen hier, ich habe hier mal geguckt, ob es hier vielleicht auf der Rückseite irgendwo die Linale Münze gibt, scheinbar nicht, Hallöchen Kollege, Segelmander, ich reise überall hin, um von den höchsten Punkten hinab zu segeln, dieser Flecken fordert mir geradezu heraus, ich fühle mich das Adrenalin, schon in meinen Adern, klar, ich kann jetzt kapern, können mit dir fliegen, oh, da gab es doch einen Monde oben, habe ich da nicht einen Monde gesehen, und erstmal, erstmal im Gift sterben, erstmal drauf gehen, so, versuchen wir es nochmal, können wir hier irgendwie hoch, entschuldige, ich sehe da doch einen Monde, da muss doch erstmal den Monde holen, Aussicht auf Eiland Toxico, dann war doch schon den vierten Monde hier, und wo wollen wir jetzt lang, mit dem Kollegen, scheinbar ist das hier schon die Spitze, wo können wir denn mit dem hier lang, da können wir rüber, ähm, da ist der Anfang, erstmal ein bisschen höher segeln, dass wir hier auf dem Baumstamm landen, Dankeschön, alter Schwede, das gibt's auch nicht, halt neben dem Mond, so, jetzt müssen wir hier noch ein paar Monde suchen, sind nicht gerade abgesprungen, da müssen wir hin, das wird sich hier mal schön landen, ähm, da drüben schön mal landen, es ist nicht zu fassen, es ist hier, ja, das Fliegen, da muss noch ein bisschen Lärm, da gibt's hier noch ein paar Flugstunden, Flugstunden mit Flugsalamander, und Mario, und wo segle ich jetzt hier lang, da gibt's scheinbar einen Checkpoint, direkt in das einzige Loch hier, das ist einfach mal, es ist, herrlich, herrlich die Fels, jetzt muss ich einfach nur irgendwo los liegen, und dann von unten mal los starten, und dann kommt aber den einen Mond hier, den kriegen wir doch noch, oder, das ist doch hier nicht das Problem, das ist doch gar nicht wahr, das ist doch hier, das ist doch nicht mehr im Bereich des Machbaren, das ist doch hier, da kommt jetzt hier und, und, als ob ich, da ist es, ich brauche hier wirklich noch ein paar Flugstunden, und verliere hier all mein Geld, das ist jetzt skandalös, und, ich komme mit dem Gift noch nicht zurecht, anvisieren, und hops, immer runter gesprungen, und, ja komm, hier, das kann hier nicht, ich mach das jetzt, ich mach das jetzt noch weiter, so, das ist jetzt hier, das hält mich jetzt nicht von auf, ich hätte auch wohl diesen verdammten Mond kriegen können, nicht den hier, wo sind wir denn jetzt hier gelandet, ach Junge, sind wir hier wieder am Start, oder was, kommen wir hier vielleicht hier irgendwie über die Lader, da drüben gab es zumindest ein Checkpoint, vielleicht können wir da irgendwas gewinnen, und da hinfliegen, bin ich ja auch schon in der Nähe gestorben, da kommt der Mond, ich will den Mond hier kriegen, das ist doch hier nicht, das ist doch schwierig den Mond zu kriegen, das ist doch hier kaum mehr auszuhalten, na komm, so, na komm, jetzt hier landen und sterben, was zum Fick, ich hab jetzt auch noch einen Mond, da hab ich keine Ahnung, wie ich da reinkomme, ja, danke fürs runterbringen, äh, ja, ja, mir fällt auch nichts mehr ein, was dazu jetzt noch sagen soll, ich finde jetzt hier mal mit, ich laufe jetzt hier mal ein bisschen mit dem durch die Gegend, ich finde hier irgendwo einen Ort, ach so, hier müssen wir erstmal die hier benutzen, dann können wir den Kollegen hier, mal einspannen, sehr schön, da ist doch bestimmt Mond drin, sehr schön, dann sammeln wir hier unten halt jetzt Monde, wenn wir was mit dem Flug Salamander nicht hinbekommen, machen wir es auf andere Wege, die Hilfe der Monde haben wir gesammelt, sehr toll, hast einen Erfolg, jetzt haben wir den Salamander getötet, sehr schön, da gibt es doch bestimmt auch irgendwas oben, Münzen, sehr schön, jetzt mal hier hoch, vielleicht krieg ich mit den Kollegen noch irgendwas hin, vielleicht krieg ich mit euch noch was gebogen, vielleicht hier am Rand so ein bisschen lang, vielleicht gibt es da noch was zu holen, ja, Münzen zum Beispiel, kann ich mal bei Toddy Ball wieder was holen, es ist doch hier, es ist irgendwie, ja, unbeschreiblich, ein unbeschreibliches Anlebnis hier, ein unbeschreibliches Anlebnis hier, ein unbeschreibliches Anlebnis hier, so, ich kenne den Weg, hier nicht lang, ist doch eng hier, ne, von der Höhe kommen wir hier nicht lang, vielleicht können wir hier irgendwie, verstehe ja, vielleicht können wir von hier, mit Mario vielleicht hier ein bisschen, und jetzt hier um die Ecke, sehr schön, auf einem Baum im Sumpf.